Der Baron Berchtesgadensche Wagen fuhr am Kronprinzenufer vor und die Baronin, als sie gehört hatte, dass die Herrschaften oben zu Hause seien, stieg langsam die Treppe hinauf, denn sie war nicht gut zu Fuß und ein wenig asthmatisch. Armgard und Melusine begrüßten sie mit großer Freude. »Wie gut, wie hübsch, Baronin«, sagte Melusine, »dass wir Sie sehen, und wir erwarten auch noch Besuch, wenigstens ich. Ich habe solch Krippeln in meinem kleinen Finger. Und dann kommt immer wer. Wershowitz gewiss, denn er war drei Tage lang nicht hier, und vielleicht auch Professor Kujacius, und wenn nicht der, so Dr. Pusch, den Sie noch nicht kennen, trotzdem Sie ihn eigentlich kennen müssten, noch alte Bekanntschaft aus Londoner Tagen her. »Möglicherweise kommt auch Frommel, aber vor allem, Baronin, was bringen Sie für Wetter mit?« Lissi sagte mir eben das Nebel so stark, man könne die Hand vor Augen nicht sehen. Lissi hat Ihnen ganz recht berichtet. »Der richtige London-Fork«, wobei mir natürlich Ihr Freund Stechlin einfällt, aber über den sprechen wir nachher. »Jetzt sind wir doch beim Nebel. Es war draußen wirklich so, dass ich immer dachte, wir würden zusammenfahren. Und am Brandenburger Tor mit den großen Kandelabern dazwischen sah es beinahe aus wie ein Bild von Skarbina.« »Kennen Sie Skarbina?« »Gewiss«, sagte Melusine, »den kenne ich sehr gut.« »Aber allerdings erst von der letzten Ausstellung her.« »Und was außer den Gaslaternen im Nebel mir so eigentlich von ihm vorschwebt, das ist ein kleines Bild.« »Langer Hotelkorridor, Tür an Tür und vor einer der vielen Türen ein paar Damenstiefelchen. Reizend. Aber die Hauptsache war doch die Beleuchtung. Von irgendwoher fiel ein Licht ein und vergoldete das Ganze, den Flur und die Stiefelchen.« »Richtig«, sagte die Baronin, »das war von ihm.« »Und gerade das hat Ihnen so sehr gefallen?« »Ja, was auch natürlich ist. In meinen italienischen Tagen, wenn ich von italienischen Tagen spreche, so meine ich übrigens nie meine Verheiratungstage. Während meiner Verheiratungstage habe ich Gott sei Dank so gut wie gar nichts gesehen. Kaum meinen Mann, aber freilich immer noch zu viel. Also während meiner italienischen Tage habe ich vor so vielen Himmelfahrten gestanden, dass ich jetzt für Stiefeletten im Sonnenschein bin. Ganz mein Fall, liebe Melusine. »Freilich bin ich jetzt nebenher auch noch fürs Japanische. Wasser und drei Binsen und dann Storch daneben. In meinen Jahren darf ich ja von Storch sprechen. Früher hätte ich vielleicht Kranich gesagt.« »Nein, Baronin, das glaube ich Ihnen nicht. Sie waren immer für das, was Sie jetzt Realismus nennen, was meistens mehr Tun und Farbe hat. Und dazu gehört auch das Storch. Deshalb liebe ich Sie ja gerade so sehr. Ach, dass doch das Natürliche wieder oben aufkäme.« »Kommt, liebe Melusine.« Melusines kribbelnder kleiner Finger behielt recht. Es kam wirklich Besuch. Erst Groschowicz, dann aber, statt der drei, die sie noch nebenher gemutmaßt hatte, nur Tscharko. Der Empfang des einen wie des anderen der beiden Herren hatte vorn im Damenzimmer stattgefunden, ohne Gegenwart des alten Grafen. Dieser erschien erst, als man zum Tee ging. Er hieß seine Gäste herzlich willkommen, weil er jederzeit das Bedürfnis hatte, von dem, was draußen in der Welt vorging, etwas zu hören. Dafür sorgte denn auch jeder auf seine Weise. Die Baronin durch Mitteilungen aus der oberen Gesellschaftssphäre, Tscharko durch Avancements und Demissionen und Groschowicz durch Kritik. Alles, was zur Sprache kam, hatte für den alten Grafen so ziemlich den gleichen Wert. Aber das Liebste waren ihm doch die Hofnachrichten, die die Baronin mit glücklicher Ungeniertheit zum Besten gab. Wendungen wie »Ich darf mich wohl ihrer Diskretion versichert halten« waren ihr gänzlich fremd. Sie hatte nicht bloß ganz allgemein den Mut ihrer Meinung, sondern diesen Mut auch in Betreff ihrer jedesmaligen Spezialgeschichte, von der man in der Regel freilich sagen durfte, dass sie desselben auch dringend bedürftig war. »Sagen Sie, liebe Freundin«, begann der alte Graf, »was wird das jetzt so eigentlich mit den Briefen bei Hofe?« »Mit den Briefen?« »Oh, das wird immer schöner, immer schöner. Nun, immer schöner«, lachte hier die Baronin, »ist vielleicht nicht gerade das rechte Wort. Es wird immer geheimnisvoller.« Und das Geheimnisvolle hat nun mal das, worauf es ankommt, will sagen, den Charme. Schon die beliebte Wendung »rätselhafte Frau« spricht dafür. Eine Frau, die nicht rätselhaft ist, ist eigentlich gar keiner, womit ich mir persönlich freilich eine Art Todesurteil ausspreche, denn ich bin alles nur kein Rätsel. Aber am Ende, man isst, wie man isst. Und so muss ich dies Manko zu verwinden suchen. Es heißt immer, üble Nachrede, drin man sich mehr oder weniger mit Vorliebe gefalle, sei was Sündhaftes. Aber was heißt hier üble Nachrede? Vielleicht ist das, was uns so bruchstückweise zu Gehör kommt, nur ein schwaches Echo vom Eigentlichen und bedeutet eher ein zu wenig als ein zu viel. Im Übrigen, wie es damit auch sei, mein Sinn ist nun mal auf das Sensationelle gerichtet. Unser Leben verläuft offengestanden etwas durchschnittsmäßig, also langweilig. Und weil dem so ist, setze ich hier Trost hinzu, Gott sei Dank, dass es Skandale gibt. Freilich für Armgard ist sowas nicht gesagt. Die darf es nicht hören. Sie hört es aber doch, lachte die Contesse. Und denkt dabei, was es doch für sonderbare Neigungen und Glücke gibt. Ich habe für dergleichen gar kein Organ. Unsere teure Baronin findet unser Leben langweilig und solche Chronik interessant. Ich umgekehrt finde solche Chronik langweilig und unser alltägliches Leben interessant. Wenn ich den Rudolf unseres Portiers Hartwig unten mit seinem Hub und seinen dünnen, langen Berliner Beinen über die Straßen laufen sehe, so finde ich das interessanter als diese sogenannte Picanterie. Melusine stand auf und gab Armgard einen Kuss. Du bist doch deiner Schwester, Schwester. Oder mein Erziehungsprodukt. Und zum ersten Mal in meinem Leben muss ich meine teure Baronin ganz im Stiche lassen. Es ist nichts mit diesem Klatsch. Es kommt nichts dabei heraus. Ach, liebe Melusine, das ist durchaus nicht richtig. Es kommt umgekehrt sehr viel dabei heraus. Ihr Barbies seid alle so schrecklich diskret und ideal. Aber ich für meinen Teil, ich bin anders und nehme die Welt, wie sie ist. Ein Bier und ein Schnatterhüpfel und mal ein Haberfeld treiben, damit kommt man am weitesten. Was wir da jetzt hier erleben, das ist auch als solches Haberfeld treiben. Ein Stück Feme, nur keine Heilige. Nein, sagte die Baronin, keine Heilige. Die Feme war aber auch nicht immer heilig. Hab mir da neulich erst den Götz wieder angesehen, bloß wegen dieser Szene. Die Poppe beiläufig, vorzüglich. Und der schwarze Mann von der Feme soll im Urtext noch viel schlimmer gewesen sein, so daß man es, Goethe war damals noch sehr jung, eigentlich kaum lesen kann. Ich würde es mir aber doch getrauen. Und nun wende ich mich an unsere Herren, die dies diffizile Kampffeld, ich weiß nicht, ritterlicher oder unritterlicherweise mir ganz allein überlassen haben. Dr. Vroschowicz, wie denken Sie darüber? Ich denke darüber ganz viel gnädige Frau. Was wir da lesen wie Runenschrift, nein, nicht wie Runenschrift. Vroschowicz unterbrach sich hier missmutig über sein eigenes Hineingeraten ins Skandinavische. Was wir da lesen in Briefen vom Hofe, das ist Kritik. Und weil es Kritik ist, ist es gut. Mag es auch sein, Missbrauch von Kritik. Alles hat Missbrauch. Gerechtigkeit hat Missbrauch. Kirche hat Missbrauch. Kritik hat Missbrauch. Aber trotzdem auf die Scheme kommt es an. Und das große Messer muss wieder stecken im Baum. Sagte Chacko, was ihm einen ernsten Augenaufschlag von Vroschowicz eintrug. Als man sich nach einer halben Stunde von Tisch erhoben hatte, wechselte man den Raum und begab sich in das Damenzimmer zurück, weil der alte Graf etwas Musik hören und sich von Armgerts Fortschritten überzeugen wollte. Dr. Vroschowicz hat vielleicht die Güte, dich zu begleiten. So folgte denen ein Katrinner und als man damit aufhörte, nahm der alte Barbie Veranlassung, seiner Vorliebe für solch vierhändiges Spiel Ausdruck zu geben, was Vroschowicz, dessen Künstler Überheblichkeit keine Grenzen kannte, zu der ruhig lächelnden Gegenbemerkung veranlasste, dass man dieser Auffassung bei Dilettanten sehr häufig begegne. Der alte Graf, wenig befriedigt von dieser Kritik, war doch andererseits viel zu vertraut mit Künstlerallüren im Allgemeinen und mit den Vroschowiczschen im Besonderen, um sich ernstlich über solche Worte zu verwundern. Er begnügte sich vielmehr mit einer gemessenen Verbeugung gegen den Musikdoktor und zog auf einer nebenstehenden Koiseuse Platz nehmen, die gute Frau von Berchtesgaden ins Gespräch, von der er wusste, dass ihre Munterkeiten nie den Charakter goldener Rücksichtslosigkeiten annahmen. Vroschowicz seinerseits war an dem aufgeklappten Flügel stehen geblieben, ohne jede Spur von Verlegenheit, so dass ein Sich-Kümmern um ihn eigentlich nicht nötig gewesen wäre. Trotzdem hielt es Tschakko für angezeigt, sich seiner anzunehmen und dabei die herkömmliche Frage zu tun, ob er, der Herr Dr. Vroschowicz, sich schon in Berlin eingelebt habe. »Hab ich«, sagte Vroschowicz kurz. »Und beklagen es nicht, Ihr Zelt unter uns aufgeschlagen zu haben?« »Au contraire. Berlin eine schöne Stadt, eine sehr gute Stadt. Eine sehr gute Stadt für mich, in particular. Und für die anderen in general. Eine sehr gute Stadt, weil es hat Musik und weil es hat Kritik. Ich bin beglückt, Dr. Vroschowicz, speziell aus Ihrem Munde so viel Gutes über unsere Stadt zu hören. Im Allgemeinen ist die slawische, besonders die tschechische Welt, die tschechische Welt, vanitas vanitatum. Es ist sehr selten, in nationalen Fragen einem so freien Drüberstehen zu begegnen. Aber wenn es Ihnen recht ist, Dr. Vroschowicz, wir stehen hier wie zwei Schildhalter neben diesem aufgeklappten Klavier. Vielleicht, dass wir uns setzen könnten. Gräfin Melusine lugt ohnehin schon nach uns aus. Und als Vroschowicz seine Zustimmung zu diesem Vorschlag Tschakos ausgedrückt hatte, schritten beide Herren vom Klavier her auf den Kamin zu, vor dem sich die Gräfin auf einem Frotteur niedergelassen hatte. Neben ihr stand ein Marmortischchen, drauf sie den linken Arm stützte. Nun endlich, Herr von Tschako! Vor allem aber rücken Sie Stühle, Herren. Ich sah die beiden Herren in einem anscheinend intimen Gespräch. Wenn es sich um etwas handelte, daran ich teilnehmen darf, so gönnen Sie mir diesen Vorzug. Papa hat sich, wie Sie sehen, mit der Baronin engagiert. Ich denke mir über berechtigte, bajuwarische Eigentümlichkeiten. Und Armgard denkt über ihr Spiel nach und all die falschen Griffe. Was müssen Sie gelitten haben? Vroschowicz. Und nun noch einmal, Hauptmann Tschako, worüber plauderten Sie? Berlin, Berlin, ein unerschöpfliches Thema für die Medizins, worauf Dr. Vroschowicz zu meinem Erstaunen verzichtete. Denken Sie sich, gnädigste Gräfin, er schien alles loben zu wollen. Allerdings waren wir erst bei Musik und Kritik, über die Menschen noch kein Wort. Oh, Vroschowicz, das müssen Sie nachholen. Ein Fremder sieht mehr als ein Einheimischer. Also freiweg und ohne Scheu. Wie sind die Vornehmen, wie sind die kleinen Leute? Vroschowicz wiegte den Kopf hin und her, als ob er überlege, wie weit er in seiner Antwort gehen könne. Dann mit einem Maler schien er einen Entschluss gefasst zu haben und sagte, Oberklasse gut, Unterklasse sehr gut, Mittelklasse nicht sehr gut. Kann ich zustimmen, lachte Melosine. Fehlen nur noch ein paar Details. Wie wäre es damit? Mittelklasse-Berliner findet gut, was er sagt, aber findet nicht gut, was sagt ein anderer. Schakow, trotzdem er sich getroffen fühlte, nickte. Mittelklasse-Berliner, wenn spricht anderer, fällt in Krampf. In verstecktem Krampf oder auch in nicht verstecktem Krampf. In verstecktem Krampf ist er ein Bild des Jammers. In nicht verstecktem Krampf ist er ein Affront. Brav, Vroschowicz. Aber mehr, ich bitte. Berliner immer an der Tät. So wenigstens glaubt er. Berliner immer Held. Berliner weiß alles, findet alles, entdeckt alles. Erst Borsig, dann Stephenson, erst Rudolf Herzog, dann Herzog Rudolf, erst Pfefferküchler, Hildebrandt, dann Papst Hildebrandt. Nicht geschmeichelt, aber ähnlich. Und nun, Vroschowicz, noch eins, dann sind Sie wieder frei. Wie sind die Damen? Oh, gnädigste Griffin. Nichts, nichts. Die Damen. Die Damen? Oh, die Damen, sehr gut. Gut, aber nicht spezifisch. Spezifisch in Berlin bloß die Madame. Da bin ich aber doch neugierig. Spezifisch bloß die Madame. Ich war gnädigste Gräfin in Petersburg und ich war in Moskau. Ich war in Budapest und war auch in Saloni. Ja, Saloni. Schöne Damen von Helikon und schöne Damen von Libanon. Hoch und schlank wie die Zeder. Aber keine Madame. Madame nirgendwo. Madame bloß in Berlin. Aber, Vroschowicz, es müssen doch schließlich Ähnlichkeiten da sein. Eine Madame ist doch immerhin auch eine Dame. Wenigstens eine Art Dame. Schon das Wort spricht es aus. Nein, gädigste Gräfin. Rien die du, Dame. Dame denkt an Galan. Dame denkt an Putz. Oder vielleicht auch an Divorceau. Aber Madame denkt bloß an Rieke draußen und mitunter auch an Paul. Und wenn sie zu Paul spricht, der ihr Jüngster ist, so sagt sie, Ich hab deinen Vater. Oh, die Madame. Einige sagen, sie stürbe aus. Andere sagen, sie stürbe nie. Vroschowicz, sagte Melusine, wie schade, dass die Baronin und Papa nicht zugehört haben. Und dass unser Freund Stechlin, der solche Themata liebt, nicht hier ist. Übrigens hatten wir heute ein Telegramm von ihm. Haben Sie vielleicht auch Nachricht, Herr Hauptmann? Heute, gädigste Gräfin, und auch ein Telegramm. Ich hab es mitgebracht, weil ich an die Möglichkeit dachte, bitte lesen. Und Chacolars, London, Charing Cross Hotel. Alles über Erwarten, Groß, sieben unvergessliche Tage. Richmond, Schön, Windsor, Schöner. Und die Nelson-Säule vor mir. Ihr V.St. Mellusine lachte. Das hat er uns auch telegrafiert. Ich fand es wenig, stotterte Chaco verlegen. Und als Dublette finde ich es noch weniger. Und ein Mann wie Stechlin, ein Mann in Mission, und jetzt sogar unter den Augen ihrer Majestät von Großbritannien und Indien. Alles stimmte dem, dass es wenig sei zu. Nur der alte Graf wollte davon nichts wissen. Was verlangt ihr? Es ist umgekehrt ein sehr gutes Telegramm, weil ein richtiges Telegramm. Richmond, Windsor, Nelson-Säule. Soll er etwa telegrafieren, dass er sich sehnt, uns wiederzusehen? Und das wird er nicht einmal können, so riesig verwöhnt er jetzt ist. Ihr werdet euch alle sehr zusammennehmen müssen. Auch du, Mellusine. Natürlich, ich am meisten.